Eine alte Geschichte von unersättlicher Gier. Von Mord. Shakespeares großes Drama. Wenn's uns misslinne. Schraub deinen Mut nur bis zum höchsten Punkt. Und es misslingt uns nicht. Michael Fassbender. Ich wage alles, was dem Manne zieht. Wer mehr wagt, der ist keiner. Und Marion Cotillard. Macbeth. Die deutsche TV-Premiere. Das sind die wahren Bilder deiner Furcht. Am 8. Oktober um 20.15 Uhr. Macbeth wird nie besiegt. Bei Kinowelt TV. Kino im Fernsehen.